Direkt wieder anbauen Kacktaynen Diese komischen Lebenssorten, die ich gar nicht mag, die neuen Wachssache, ne? Bündungsbedürftig schon, allein von Farbtypen her Aber wenn du das genau in diese Region wiederum baust, dann wirkt das schon wieder ganz ganz anders Ja, da kommst du, du hast was ganz schönes gesehen, da kommst du so ne Canyonlandschaft richtig mitbauen Das sah klasse aus, aber sonst sah das ein bisschen komisch aus Wenn das jetzt ein freier Wildbahn ist Kühe, tot Noch mehr Kühe, hauptsache gleich schönes Steak Ich hab keinen Bock mehr auf komisches Grünfraßzeug hier Hast du bestimmt auch nicht das gegen schöne saftiges Rindersteak Viel angenehmer Du brauchst nicht so viel von Mampfen Du bist nur am Mampfen Ich hab ja Kartorschkis, Kartoffeln Nein Nicht den Laufpack Pfui Böse Kuh So Böse Kuh Noch mehr Kühe, jaaaa Noch mehr Fleisch Noch mehr Fleisch Schafe Nein, Schafe seh ich grad nicht Aber hab ich auch kein Eisen zuführen Böse Kuh Jaaaa Böse Kühe Warum nicht noch mehr Kühe? Ein schwarzes Schaf seh ich grade hier Nein Wir brauchen eine weiße Wolle Okay, ich seh hier Ich hab hier weiße Schafe Aber die brauchen wir da hinten, aber nicht hier Ist auch witzig hier Wir brauchen das ja auch dahinten noch Schafe haben Ich hab von welche gekillt, deswegen Aber eigentlich müssten ja auch wieder irgendwann welche nach vorne gehen Gehe ich mal von Das weiß ich natürlich nicht Ich hoffe auf jeden Fall, dass in der nächsten Zeit in Umgebung keine Kühe mehr da sind Was? Keine Kühe mehr? Ich hab alle Kühe in der Nähe getötet Weiterweise spawnen die auch nach einer Weiß ich nicht Weiß ich nicht Das weiß ich nicht Mensch, was für schöne Redenbogenfarm hier Was ist das denn für'n Block? Gefärbter Ton Ah Break Break Tote Büsche Toll, was für ne lieblose Landschaft hier Hm Das könnte vielleicht jetzt gleich gut aussehen Nein Nein So So Einmal Wasserfall hier unterbauen Haben wir das irgendwo noch Fleisch? Ja Ich komme jetzt gerade da mit dem Fleisch zurück Achso Ich wollte gerade so'n schönen Wasserfall hier runterlaufen lassen Ich wollte gerade so'n schönen Wasserfall hier runterlaufen lassen Sieht so'n bisschen schön aus Okay Okay, was ist das für ein Roter Sand Okay Interessant der rote Sand Na, ich mach mich jetzt auf den Weg Gut Mit, äh, Fleisch aber noch nicht gebraten ist Aber Kartoffeln sind doch da Mhm Breitkartoffeln hab ich gerade nicht gesehen Ja Die reichen doch glaube ich erstmal Ich muss mich an Bert und Bertha vorbeischleiten Die dürfen ihre Artgenossen nicht sehen Lalalalala Ich hab nix zu verbergen So, ein Stack Und nochmal dit Ähm Ja Aber keine Kohle haben wir mehr, ne? Ja, Kohle ist glaube ich weg Ich brauch neun Stück Kohle Ah, hier ist noch Kohle Glaube ich jetzt erstmal hier Ach, hier Okay, ja Da ist ja auch noch was drin Da war ja noch genug drin Guck mal, ich hab dir was ganz schönes mitgebracht Guck mal, was ist jetzt davon Davon, davon Ja, aber auch noch braun Unruhig, hab ich auch noch Ja, genau, ne? Eigentlich gar nicht so dumm Man könnte ja so ein Art Mosaik, äh, hier rein basteln Viel Spaß Muss die Dinger aber mit einer Spitzhack abbauen, ne? Auch noch? Ach, schau, die Kleister Ob du's dann noch so machen willst Ja, okay Kannst ja gern machen Ja gut Gibt ja genug Möglichkeiten Die man umsetzen könnte Wir haben doch Zeit Läuft ja nix weg hier Kannst ja auch, glaub ich, buntes Glas raus machen Aus dem bunten Ton Ja, richtig Rotes Glas, gelbes Glas, und so weiter Ja Kopf, eine Glasscheibe geht nicht Wäre auch ein bisschen, naja Tut etwas weh Aber nur ein bisschen Plum, 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 plum So Holzmangel ist natürlich auch immer geil Jetzt kann ich, hab ich noch ne Axt? Oh Hab ich noch Ich brauch jetzt gern mal Holz für Bücher doch chuck chuck, noch morst das Nene, nene, das hass nicht Nein, nein, nein Das hab ich gerade gesagt Zum ersten Mal ich weiß davon nichts wenn das nicht schön aussieht ich fackel die bude ab ich sag's dir in gutem freundin ich bin doch lieb ach man wie war das denn jetzt hier um so und dann so genau habe ich noch ob sie gehabt open jetzt geht's ach du ahnst es nicht du ahnst es nicht ich kann so einen schwachsinn erfinden la 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 ich war es nicht sonst gehen wir mal bei den bildern hier einbrechen wobei wir keine bilder haben ist das auf jeden fall super weil die alle tot sind da hat jemand vergessen darauf aufzupassen sind unnötig ich will jetzt einfach gewesen hier erst mal häuslich herzurichten der rest wird sich leider finden so 222 sieben bücher egal die reichen noch nicht ich brauche jetzt ein bisschen mehr bambus na kommschon 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 nee da kommen keine fackeln da da und da kommt ne fackeln möchtest du schlafen gehen ja kann man gleich machen so sieht doch auf jeden fall schon mal schick aus schicke sache und dann alles mit voli ich habe angst ich will schlafen oh nein zombie so ein paar fackeln hier oben aufstellen bumm 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 hier schon schön fleißig im bett du liegst schon ja ich sehe es aber ich wollte ein paar fackeln aufstellen für nachts hi zombie es kommt bestimmt you can only sleep at night ah nee äh monstern hier bei ist wenn ich das kenne ja ist doch klar gewesen geht jetzt alles sterben ich will schlafen hat sich erledigt ob du da aus der carminate rauskommst wie wo sind denn jetzt noch welche wollt ihr mich verarschen ach da ist mensch jetzt lass mich mal in ruhe und ich will jetzt schlafen ja ich liege ich kann mich nicht hinlegen warum nicht monster in der nähe ah monster in der nähe äh komm hier alle her keine ahnung ouch aua bein da soll weggehen so jetzt aber ja ich lieg ok als ob ich jetzt wieder nicht ja wir liegen beide wunder der natur klatsch 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 hab ich jetzt den zweiten bogen leider nicht tür zu kub ist jetzt aus dem stall ausgebrochen willst du mich veräppeln ne ok dann steht es jetzt so einen besseren bogen den bogen verbinden hab ich wieder fast einen heilen bogen noch mal ein bisschen holz abgehen bambus wäre nicht schlecht sind nur den sieben mehr bambus 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 Deines Bambus Och nicht Och man, ich will auch Bambus haben Ist das ein Hexenhäuschen da hinten? Hoffentlich Hexenhäuschen Ja, pflanzen hier Das glaube ich, nachher nehme ich mir einen Riff